Ich bin Paul, Fotokünstlerin aus St. Pauli. Covid-19 hat uns alle hart getroffen und der Kiez stirbt gerade, das darf nicht passieren. Vor allem die Menschen, die den Kiez ausgemacht haben, die gehen gerade komplett unter. Unter anderem die Frauen aus der Herbertstraße. Wenn es um Prostitution geht, das ist immer das alte Spiel. Die Diskussion ist sofort eine moralische, aber die muss zurück zu den Fakten. Und die Frauen haben ein sehr kluges Zekine-Konzept vorgelegt. Und das muss einfach ernst genommen werden. Und Fakt ist, dass Prostitution ja nicht aufhört. Prostitution findet weiterhin statt, aber eben illegal. Und sobald Prostitution illegal ist, verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen der Frauen massiv. Und das müssen wir verhindern, das ist nicht in Ordnung.